Leidest du oder ein naher Angehöriger eventuell an der Borderline-Persönlichkeitsstörung? In diesem Video machen wir zusammen einen Selbsttest anhand von 11 Kriterien, durch welche du für dich oder einen Angehörigen einschätzen kannst, ob eventuell eine Borderline-Persönlichkeitsstörung vorliegt oder nicht. Dabei orientiere ich mich an dem Selbsthilfebuch von Anna Henning beziehungsweise das um Anna Henning stehende Autorenteam Borderline im Labyrinth der Gefühle. In genau diesem Selbsthilfebuch gibt es einen 11 Kriterien-Selbsttest und diese 11 Kriterien gehen wir zusammen in diesem Video Schritt für Schritt durch. Ja und wer sich für das Selbsthilfebuch interessiert, vor oder nach dem Test, den wir jetzt zusammen machen, findet natürlich einen Link in der Videobeschreibung. Ich persönlich verdiene an der Verlinkung nichts. Bevor es losgeht und wir wirklich auf die 11 Kriterien zu sprechen können, ich weiß, jeder von meinen Zuschauern da draußen ist jetzt ganz, ganz ungeduldig und möchte unbedingt den Content ganz schnell haben, möchte ich aber noch ein beziehungsweise zwei kleine Disclaimer machen. Erstens, wenn du dich in den hier aufgeführten Kriterien wiederfindest, dann kann das ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass du oder dein Angehöriger tatsächlich Borderline hast. Wenn du dich nicht in diesen Kriterien wiederfindest, schließt das allerdings ein Vorhandensein von Borderline nicht aus. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung immer mit einem gewissen Maß von Selbstverleugnung und Flucht vor den eigenen negativen Gefühlen einhergeht. Und das bedeutet auch, dass je stärker man selber vom Borderline betroffen ist, man umso mehr sich vielleicht gar nicht eingestehen möchte, dass die folgenden 11 Punkte, welche ich in diesem Video beschreibe, auf einen selber zutreffen. Das muss man immer bedenken. In jedem Fall ist es aber so, dass wenn du dich da draußen in mehreren der Kriterien oder vielleicht auch nur in ein oder zwei sehr markanten Kriterien wiederfindest, die ich jetzt aufzählen werde, es für dich ratsam ist, zum Beispiel Hilfe im Rahmen einer Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Weil manche der Kriterien, die ich hier nenne, alleine für sich schon so pathologisch sind, wie zum Beispiel selbstverletzende Verhaltensweisen oder Suizidgedanken, dass auf jeden Fall die Konsolidierung eines Psychotherapeuten in jedem Fall anzuraten ist. Wenn du dich in diesen 11 Punkten wiederfindest, sage ich dir nach dem Selbsttest auch noch, was du dann ganz genau machen kannst. Jetzt weiß ich aber, dass ihr wirklich ungeduldig seid und ich möchte euch auch nicht noch länger auf die Folter spannen. Und wir fangen gleich an mit den 11 Kriterien, anhand derer man sich selbst oder einen Angehörigen auf Borderline testen kann. Nummer 1, das erste Kriterium nach dem Selbsthilfebuch von Anna Henning beziehungsweise den Autoren. Und zwar, sie sind impulsiv. Sie überlegen meist nicht lange, sondern stürzen sich schnell in neue Beziehungen, Projekte oder wechseln den Arbeitsplatz. Ja, eine hohe Impulsivität, das ist eines der Kernkriterien von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich möchte sagen, dass alle Menschen ohne Ausnahme eben diese Impulsivität aufweisen. Der Name für die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird im ICD-10, ja, das ist so ein Diagnosemanual der WHO für psychische Krankheiten und auch körperliche Erkrankungen in unserem Fall natürlich, aber psychischen Erkrankungen, wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung auch nur in einem Unterpunkt mit dem Namen Borderline benannt. Und in der Überkategorie nennt sie sich die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und hier sehen wir schon, ja, welches Gewicht natürlich im Hinblick auf die Borderline-Störung Impulsivität schon zukommt, ja. Es gibt zwar in dieser Unterkategorie noch einen Unterpunkt eines impulsiven Typus und des Borderline-Typus, das vielleicht noch als kleine Anmerkung, aber der Borderline-Typus weist auch alle Kriterien des impulsiven Typus mehr oder weniger stark auf. Okay, Borderliner, vielleicht das auch noch als Erläuterung zu diesem Punkt. haben häufig ein sehr stark erhöhtes Bedürfnis nach äußeren Reizen. Ja, Sensation Seeking würde man das auch im Englischen nennen. Das heißt, sie sind immer auf der Suche, hey, wo kann ich was erleben, wo ist etwas los? Und das macht teilweise übrigens auch die Abgrenzung von Borderline zur ADHS sehr, sehr schwierig. Und nicht wenige Menschen mit Borderline, je nach Studie sogar bis zu 50 Prozent, erfüllen gleichzeitig die Kriterien für ADHS. Gleichzeitig fühlen sich Menschen mit Borderline allerdings auch innerlich immer sehr, sehr angespannt. Das heißt, sie bringen schon ein von Haus aus erhöhtes Anspannungslevel mit. Die Krux ist allerdings, dass sie ganz, ganz häufig gar nicht bemerken, dass sie angespannt sind, weil sie eventuell ja ihre eigenen Bedürfnisse und ihren eigenen Körper, ihr eigenes Empfinden schon seit Jahren verleugnen, sich davon abgetrennt fühlen und merken dann zum Beispiel gar nicht, hey, ich habe jetzt einen erhöhten Puls, ich komme ins Schwitzen, ich rede ganz, ganz schnell, habe eine hohe Muskelspannung und kommen dadurch aber trotzdem nicht auf den Gedanken, dass sie eventuell angespannt sind. Doch, das sind sie. Denn in diesen Fällen, das lernt man dann in einer Therapie natürlich hier achtsam zu sein. Und das alles führt natürlich unter anderem zu den für Menschen mit Borderline sehr, sehr typischen, impulsiven Verhaltensweisen. Aber meine Lieben, halten wir uns nicht länger an diesem ersten Kriterium auf. Wir haben ja noch viele, viele weitere Kriterien, die wir in diesem Video besprechen wollen. Kriterium Nummer zwei. Sie haben eine große Angst davor, verlassen zu werden. Sie leiden unter einer Trennungsangst. Sie versuchen oft verzweifelt, nicht verlassen zu werden und tragen den Gedanken, verlassen zu werden, ständig mit sich herum. Ja, die Angst vor dem Verlassen werden, auch eines der zentralen Kriterien von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wenn du also diese Angst ständig hast, dann kann das ein deutlicher Hinweis sein, dass du an Borderline erkrankt bist. Wir müssen aber trotzdem über dieses Kriterium nochmal kurz sprechen. Denn auch dieses Kriterium ist teilweise etwas tricky. Ganz, ganz viele Menschen mit Borderline sagen nämlich, ich vermeide Beziehungen komplett. Ich habe so schlechte Erfahrungen in der Beziehung mit anderen gemacht, dass ich gar nicht mehr in Beziehungen gehe. Ich interessiere mich gar nicht mehr für andere Menschen. Ich bin ein regelrechter Mesantrop. Ich schlage mich jetzt alleine durch. Und deswegen stimmt es ja gar nicht, dass ich Angst habe, verlassen zu werden. Ich habe die Menschheit von mir aus schon längst verlassen. Ja, auch in diesem Fall ist dieses Kriterium allerdings erfüllt. Denn diese Vermeidung von Sozialkontakten geschieht ja auch wiederum nur aus der eigentlichen Angst verlassen beziehungsweise enttäuscht, frustriert und dann eventuell verlassen oder in einer anderen Hinsicht durch andere hängen gelassen zu werden. Das muss man an dieser Stelle hier ganz, ganz wichtig sagen. Außerdem ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir, ja, um diesen Punkt in einem pathologischen Sinne zu verstehen, uns natürlich auch klar machen müssen, dass Menschen mit Borderline eben häufig eine irrationale Angst davor haben, von anderen verlassen zu werden. Das heißt, ihnen geht schon die Pumpe. Das heißt, sie haben jetzt schon die Befürchtung, mein Liebster, mein neuer Partner, meine Liebste oder mein Freund oder meine Verwandten, die werden mich bald verlassen aus den und den Gründen, obwohl das objektiv gesehen gar nicht stimmt. Denn es ist ja kein pathologisches Kriterium, eine richtige Einschätzung über sein Leben und ja seine sozialen Beziehungen zu machen. Okay, das müssen wir verstehen. Das heißt, dieses Kriterium ist in erster Linie so zu verstehen, dass es sich um eine irrationale, übertriebene Angst handelt. Allerdings, auch das möchte ich hier noch anmerken, werden Menschen mit Borderline häufig auch tatsächlich verlassen. Das heißt, diese Angst ist zwar häufig irrational, aber meistens nicht ganz unbegründet. Denn diese irrationale Angst vor der nächsten Verlassenheitssituation ist ja nur deswegen entstanden, weil Menschen mit Borderline in der Vergangenheit schon häufig verlassen wurden. Und deswegen ist das natürlich ein Muster, das sich auch jederzeit wiederholen kann in der Praxis. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Menschen mit Borderline aufgrund dieser Verlassenheitsängste häufig zu drastischen Maßnahmen greifen, ihre Partner, ihre Freunde, Familienangehörige an sich zu binden. Stichwort manipulative Verhaltensweisen. Die finden wir insbesondere auch in diesem Kriterium begründet. Finden wir wieder. Darin geht das auf, dass das dann dazu führt, dass die Menschen, die man mit drastischen Verhaltensweisen davon abhalten möchte, einen zu verlassen, dann einen in der Konsequenz tatsächlich verlassen. Okay, da ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, was ist das Huhn? Was war zuerst der Huhn oder Ei? Die Angst vor dem verlassen werden oder das Tatsächliche verlassen zu werden? Ja, das muss man hier alles bedenken. Aber ganz, ganz wichtig, nur weil du soziale Beziehungen vollständig vermeidest, bedeutet das nicht, dass du keine Angst hast, verlassen zu werden. So ehrlich wollen wir an dieser Stelle sein. Ja, aber auch genug zu diesem Kriterium. Kommen wir zum dritten Kriterium, das ja ganz typisch und aussagekräftig ist für Menschen, die eine Borderline-Störung haben. Ja, da habe ich natürlich jetzt schon einige Sachen zu gesagt, auch beim ersten hier aufgeführten Kriterium. Ich möchte aber noch ergänzen, Menschen mit Borderline sind häufig in jeglicher Beziehung zügellos, haben es häufig nicht gelernt, sich zügeln zu können und das hat damit zu tun, dass Menschen mit Borderline sehr viel intensiver grundsätzlich alle Gefühle und Dränge mitunter auch Bedürfnisse, wenn sie diese Bedürfnisse nicht vollständig verleugnet haben, wahrnehmen als nicht von Borderline betroffene Menschen. Menschen mit Borderline fühlen mehr, Menschen mit Borderline fühlen schneller und Menschen mit Borderline fühlen auch intensiver. Ja, und das führt natürlich zu dieser mangelnden Fähigkeit, sich ganz, ganz häufig zu beherrschen, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, okay? Da kann man auch therapeutisch ganz, ganz viel machen. Ja, und wir müssen natürlich uns auch ganz, ganz klar darüber sein, dass die Fähigkeit, sich nicht beherrschen zu können, beziehungsweise die mangelnde Fähigkeit, sich zu beherrschen, das ist nicht gut, okay? Darauf können wir uns, denke ich, einigen, denn das führt natürlich immer wieder zu Trouble. Rücksichtsloses Fahren kann auch andere Leute gefährden, ja? Wenn man also für sich selber eingesteht, ja, ich bin häufig sehr, sehr rücksichtslos, ist es vielleicht noch nicht alleinstehend, ein Anlass dafür in eine Therapie zu gehen, aber sich da ein bisschen zu skillen, sich da zu informieren, einzulesen, an seiner eigenen Fähigkeit, sich zu beherrschen, sich zu disziplinieren, zu arbeiten, ist das Mindeste, was an dieser Stelle, denke ich, sinnvoll ist. Kriterium Nummer 4. Ganz, ganz typisch für Menschen mit Borderline. Und zwar, sie haben intensive Beziehungen zu anderen, die jedoch oft instabil sind. Sie betrachten ihre Beziehungen in Schwarz und Weiß. Jemand ist entweder großartig oder furchtbar. Ja, diese instabilen sozialen Beziehungen. Borderline ist immer auch eine Beziehungsstörung. Ja, Borderline ist in erster Linie eine Persönlichkeitsstörung, aber immer auch eine Beziehungsstörung. Wir finden dieses, dass Menschen mit Borderline instabile, intensive zwischenmenschliche Beziehungen haben. Und das ist, wenn wir in die Diagnose-Manuale, ich habe schon eins genannt, ICD, es gibt aber auch den DSM, wenn wir da reinschauen, dann finden wir das schon in der allgemeinen Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Häufig wird gesagt, ja, diese Diagnose-Manuale haben, ja, ganz, ganz viele Kann-Kriterien, von denen aber im Fall des DSM zum Beispiel nur 5 von 9 mindestens erfüllt sein müssen. Ja, trotzdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen schon in der allgemeinen Beschreibung der Borderline-Störung ausgeführt wird. Das heißt also, selbst wenn man nur 5 von 9 Kriterien mindestens erfüllt sein muss, dann werden ja diese Kriterien erfüllt beziehungsweise geschaut, ob man die erfüllt, um dann das diagnostizieren zu können, was allgemein beschrieben wird. Und allgemein beschrieben wird Borderline eben unter anderem als eine Störung, die mit intensiven, aber instabilen Sozialbeziehungen einhergeht. Deswegen Borderline gleich immer eine Beziehungsstörung. Okay, das ist wirklich hier ganz, ganz wichtig. Wie zeigt sich denn dieser Wunsch oder diese, ja, diese intensiven Beziehungen? Und Menschen mit Borderline haben ganz, ganz typisch einen Drang, mit anderen seelisch zu verschmelzen, bei der gleichzeitigen Angst, von anderen vereinnahmt zu werden, ihre Autonomie zu verlieren. Das heißt, Menschen mit Borderline wollen eigentlich andere seelisch in sich aufnehmen, wollen aber auf keinen Fall, dass der andere sie in sich aufnimmt, okay? Und das lässt sich natürlich, also man muss ganz klar sagen, diese seelische Verschmelzung, das ist ja ein, ja, nicht ganz funktionaler Wunsch, den haben ja viele in unserer Gesellschaft. Jeder sehnt sich nach der großen Liebe, jeder möchte eins werden mit seinem Schatz. Ja, das wird in Romanen, in Filmen, das ist der Gegenstand von so vielen Filmen und Romanen, okay? Alleine das ist schon ein bisschen dysfunktional. Das würde jetzt aber zu weit führen, darauf hinzuweisen. Das Problem ist natürlich, dass für Menschen mit Borderline das sich nicht, selbst wenn sie einen Partner finden, der das auch will, nicht realisieren lässt, weil dann würde der Partner ja auch die seelische Verschmelzung wollen. Das können Menschen mit Borderline häufig aber nicht ertragen, weil sie dann wieder Angst haben, vereinnahmt zu werden. Und das führt eben zu dieser Instabilität, dass sie auch dazu neigen, ihren Liebsten, wenn sie einen gefunden haben, wegzustoßen, wenn er einfach nur das erwidert, was sie sich selber wünschen. Ja, das ist paradox, ist so. Das ist ganz, ganz paradox und deswegen sehr schmerzhaft und problematisch. Menschen mit Borderline haben auch eine Angst, natürlich vor Verlust, habe ich schon genannt, auch eine Angst vor Entwertung, das heißt vor Kritik. Sie können es teilweise nur schwer ertragen in ihrem Verschmelzungswunsch, wenn ihr Partner eigenständigen Hobbys und Zielen nachgeht. Wenn der Partner mal sagt, hey, ich möchte mal heute was für mich alleine machen, dann haben Menschen mit Borderline häufig die Angst, jetzt die Kontrolle über den Partner zu verlieren, und dass die Symbiose sich auslösen kann. Jetzt hat mein Partner kein Interesse mehr an sich. Was soll denn das heißen? Er möchte heute was alleine machen. Liebt er mich nicht mehr? Oh, jetzt kommt meine Angst wieder raus, verlassen zu werden. Oh, Katastrophe, Drama, ich muss sofort intervenieren. Ich muss manipulieren, ich muss meinen Partner kontrollieren. Die seelische Verschmelzung, die Symbiose muss aufrecht erhalten werden. Wie gesagt, in dem Sinne, dass mein Partner mir gehört und nicht, dass ich meinem Partner gehöre. Beziehungen sind entweder schwarz oder weiß. Das sehen wir auch hier in diesem Testpunkt. Ist aber auch ganz typisch für Menschen mit Borderline. Eines der klassischen, klassischsten, vielleicht sogar das Buch zum Thema Borderline, heißt die schwarz-weiße Welt der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich hasse dich, verlass mich nicht. Das ist ganz typisch für Menschen mit Borderline. Diese schwarz-weiße Betrachtungsweise von Beziehungen und auch Beziehungspartnern hat etwas für Menschen mit Borderline sogenannten typischen, angenommen, dass es sie gibt, Spaltungsmechanismen zu tun. Das heißt, dass Menschen mit Borderline häufig nur Menschen, die alle positiven Eigenschaften sehen und die negativen Eigenschaften abgespalten haben, nicht mehr wahrnehmen können. Oder umgekehrt, nur noch die negativen, die missliebigen Seiten einer Person wahrnehmen und die positiven nicht mehr sehen können und deswegen ihren Gegenüber idealisieren oder entwerten. So sagt man ganz häufig. Als den großartigsten, tollsten Menschen auf der Welt zu sehen, dem man je begegnet hat oder als den größten, verachtenswerten Abschaum. Und dieses Kippen zwischen Idealisierung und Entwertung wird häufig angetriggert, eben durch Kritik durch den Partner, durch kleine Unstimmigkeiten in der Beziehung. Weil, ich hoffe, das wird nicht zu kompliziert, was ich hier ausführe. Wir gehen auch gleich zum nächsten Punkt weiter, versprochen. Weil eben dadurch wieder die Verlustängste von Menschen mit Borderline angetriggert werden, das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Und um sich davor wieder zu schützen, wir sehen, wie diese ganzen Kriterien ineinander greifen, entwerten sie ihren Partner. So nach dem Motto, hey, ich möchte nicht verlassen zu werden. Ich habe aber eventuell Angst, jetzt verlassen zu werden. Aber ich entwerte meinen Partner. Das ist sowieso ein Scheusal, ein Idiot. Deswegen lohnt es sich gar nicht, mit ihm zusammen zu sein. Deswegen ist es auch egal, wenn er mich verlassen würde. Ach, das ist so ein Scheusal. Ich verlasse ihn doch mal lieber präventiv eventuell. Und ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Und da kommen wir wieder genau bei dem an, dass ich gesagt habe, dass Menschen mit Borderline häufig auch in eine Haltung gehen und sagen, ich möchte mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Ich weiß, das war sehr kompliziert. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Wir sehen aber einfach, wie alle diese hier genannten Kriterien wirklich wie ein Uhrwerk mit ihren einzelnen Zahnrädern und Komponenten ineinander greifen. Und deswegen ist es auch immer sehr unwahrscheinlich, wenn Leute sagen, ja, bei Borderline muss ich ja nur fünf von neun Kriterien erfüllen. Viele Kriterien müssen auf einzelne Borderliner nicht zutreffen. Richtig. Sowohl bei diesem Selbsttest hier aus dem Selbsthilfebuch, aber tatsächlich auch bei den Symptomen aus den Diagnosemanualen ist die Tendenz immer eher dazu, dass mehr Kriterien erfüllt werden als wenige. Weil die Kriterien sich teilweise untereinander selber bedingen. Und wenn sich einzelne Kriterien auflösen würden, würden sich automatisch auch andere Kriterien aufweisen. So, das war es jetzt aber wirklich zu diesem Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Kriterium Nummer 5. Sie haben ein wechselndes Selbstbild. Die Art und Weise, wie sie sich selbst sehen und über sich denken, ändert sich oft. Das ist eine Sache, die schwankt mitunter innerhalb von Minuten oder Stunden. Und ist häufig auch, also die einzelne Betrachtungsweise Top oder Flop, auch nur für wenige Minuten bis Stunden aufrecht. Das ist ein großes Unterscheidungskriterium übrigens zur bipolaren Störung. Bei der bipolaren Störung sind die einzelnen Phasen sehe oder habe ich jetzt ein Hochgefühl, habe ich auch eine depressive Phase. Einzelne Stimmungsphasen sind bei der bipolaren Störung über Tage bis Monate konstant. Bei Borderline schwanken die, da würde man dann gar nicht von Stimmungen so sehr sprechen, sondern eher von Affekten beziehungsweise natürlich auch hier von der Selbstwahrnehmung. Sich selber wahrnehmen, schwankt das innerhalb von Minuten bis Stunden. Der Grund ist auch hier häufig die gerade schon angesprochene Spaltung. Ich möchte sagen, dass diese Selbstbetrachtung sich auf alle Aspekte beziehen kann. Das heißt, ich bin klug oder ich bin dumm, ich bin liebenswert, ich bin ein Scheusal, ich bin körperlich attraktiv oder ich bin total hässlich. Und da möchte ich erwähnen, dass Menschen mit Borderline häufig auch komorbid noch eine sogenannte Körperdysmorphe Störung haben. Das nochmal als Ergänzung auch zu dem hier genannten Kriterium. Diese Körperdysmorphe Störung ist nicht Borderline exklusiv, kommt aber bei Borderlinern häufiger vor. Und dabei nimmt man den eigenen Körper, wenn man sich im Spiegel betrachtet, wenn man an sich herunterschaut, auf eine irrationale Weise, aber das weiß man natürlich nicht immer in allen Fällen selbst, als entstellt oder missgebildet war. Manche Menschen mit Borderline sagen zum Beispiel, sie sehen den eigenen Körper als total verfettet und als eine teigige, klumpige Masse oder sie haben irgendwie das Gefühl, dass ihre Arme oder die Ohren oder die Nase komplett entstellt wären. Okay. Das ist Körperdysmorphe Störung. Das ist eine irrationale Sicht auf sich selbst. Man hat in MRT-Studien festgestellt, dass Menschen, die eine Körperdysmorphe Störung haben, wenn sie Bilder von sich selber sehen und Bilder von anderen Menschen andere Hirnmuster aufweisen, okay. Das heißt, die Selbstbetrachtung ist hier vor allen Dingen gestört. Es geht nicht dabei darum, andere Menschen als missgebildet wahrzunehmen, sondern sich selber. Nur sich selber, okay. Und das ist übrigens auch ein Mechanismus, der vielen essgestörten, magersüchtigen Menschen zugrunde liegt. die sagen würden, sie sehen irgendeine Frau, die sehr schlank ist auf einem Bild zum Beispiel und sagen, ja, die ist sehr schlank, die ist eventuell zu dünn sogar und sie selber sind noch dünner, sagen aber, nee, ich selber empfinde mich immer noch als viel zu dick. Okay. Also ganz wichtig, Körperdysmorphe Störung, irrationale Körperwahrnehmung, sich als missgebildet entstellt, wahrnehmen ist auch ein Teil der Borderline-Persönlichkeitsstörung als Komorbidität, kann aber auch schwanken im Laufe des Tages. Ich schaue mich morgen im Spiegel an und finde mich voll attraktiv und sexy, ich schaue mich abends im Spiegel an und empfinde mich als total abstoßend. Okay, so ist dieser Punkt ganz richtig und wichtig zu verstehen. Aber, nächstes Kriterium, Kriterium Nummer 6, Sie, also die Menschen mit Borderline, reagieren auf Ereignisse mit Stimmungsschwagungen oder überwältigenden Emotionen, das kann zu Depressionen, Reizbarkeit oder Angst führen. Na, auch hier wieder habe ich schon viel bei anderen Punkten gesagt. Ähm, nochmal hier der Hinweis, hält häufig nur für einen kurzen Zeitraum an. Und auch der Hinweis, ähm, hier steht ja, Sie reagieren auf Ereignisse mit Stimmungsschwankungen. Ja, warum ist das denn überhaupt so bei Menschen mit Borderline ganz, ganz häufig? Das hat damit zu tun, dass Borderliner in ihrer Vergangenheit schon viel Scheiße erlebt haben, okay? Wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund, es ist genau so. Die Biografie von Menschen mit Borderline ist häufig ein Schlachtfeld aus Missbrauch, Enttäuschung, Frustration, Übergriffigkeit, Scheitern, Schmerz, Wut, etc. Okay? Und, ähm, muss aber übrigens nicht. Aber in den meisten Fällen, das ergibt sich schon aus der Borderline-Störung, weil selber eine Borderline Störung haben, heißt ja, wir haben schon über die instabilen Sozialbeziehungen gesprochen, auch immer wieder in Trouble zu geraten mit dem Umfeld und somit Enttäuschungen und Frustrationen zu erleben und das summiert sich natürlich im Laufe der Biografie auf und, dass Menschen mit Borderline häufig, ähm, mit Stimmungsschwankungen auf Ereignisse so krass reagieren, hat damit zu tun, dass sie, ähm, wenn sie bestimmte Trigger wahrnehmen im Verhalten oder in, ähm, Ereignissen, sie so eine Art Déjà-vu bekommen und sagen, oh, wow, genau das ist mir schon mal passiert, ähm, oder ich, ich, ich erinnere mich an vergangene Erlebnisse aus meiner Kindheit und, ähm, das kommt jetzt alles wieder hoch, das macht mich traurig, ich hab die Befürchtung, dass es wieder so laufen wird wie damals, das heißt, die ganze Scheiße, die Menschen mit Borderline erlebt haben, wird häufig durch Situationen hier und jetzt angetriggert und kommt dann hoch und dann verschlechtert sich natürlich eventuell das Stimmungsbild von Menschen mit Borderline sehr viel mehr, als es zur aktuellen Situation eigentlich angemessen wäre, da kommen die Geister aus der Vergangenheit wieder hoch und packen den Menschen mit Borderline an der Kehle, das ist ganz häufig der Grund für die Stimmungsschwankungen leider in aller Regel nach unten ins Negative bei bestimmten situativen Anlässen. Nächster Punkt, Punkt Nummer 7, sie empfinden ein ständiges Gefühl der inneren Leere. Innere Leere ist schwer zu fassen, wenn man nicht selber Borderline hat, man fragt sich häufig, wie soll denn diese innere Leere aussehen, was darf ich mir darunter vorstellen? Empfindet, fühlt man nicht immer etwas? Nein, das muss nicht der Fall sein, gerade Menschen mit Borderline sagen häufig, ich bin innerlich komplett leer, da ist nichts. Das kann verschiedene Ursachen haben, zum einen Spaltung, ich spalte meine Bedürfnisse und Gefühle ab, dann sind sie für mich nicht mehr erreichbar, zumindest für einen langen Zeitraum, das kann einer der Gründe sein. Eine vorhandene depressive, komorbide Erkrankung kann einer der Gründe sein. Mir hat mal ein Psychiater gesagt, die schwerste Form der Depression ist nicht die Depression, bei der man traurig ist, sondern die Depression, bei der man gar nichts mehr fühlt. Das ist auch ein interessanter Satz, kann man sich mal durchdenken. Viele Menschen, die nämlich depressiv sind, die sagen, mir geht es ja gar nicht schlecht, ich fühle ja einfach nichts, deswegen kann ich ja keine Depression haben. Ja, leider Irrtum, gerade diese Menschen sind häufig schwerst, am allerschwersten depressiv. In diesem Fall bitte psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen, okay? Menschen mit Borderline haben auch häufig eine Identitätsstörung, übrigens in fast allen Fällen. Sie wissen häufig nicht, wer bin ich selbst, was habe ich für Eigenschaften, welche sexuellen Präferenzen habe ich, wie definiere ich mein eigenes Geschlecht, was habe ich für Hobbys, was sind meine Werte, welche Musik finde ich toll und so weiter und so fort. Identitätsstörung und somit natürlich auch irgendwo Mann oder Frau ohne Eigenschaften zu sein. Auch das kann zu innerer Lehre führen, tatsächlich, auf eine gewisse harte Weise zumindest. Ja, wenn ich alles und nichts bin, dann kann man das auch als eine Lehre verstehen. Auch diese Identitätsstörung ist übrigens, wir sehen leider, wie alles hier zusammenhängt, das ist wirklich ein Urwerk, diese Borderline-Störung. Das ist häufig auch einer der Gründe wieder für die Verschmelzungs- und Symbiose-Wünsche von Menschen mit Borderline, dass sie da jemanden haben. Ich habe jetzt einen neuen Schatz oder ich idealisiere vielleicht auch meinen Therapeuten, möchte mit meinem Therapeuten idealisieren. Das kommt auch ganz, ganz häufig vor. Dass ich deren Werte übernehmen kann und diese Menschen mir durch ihr Sein, durch Symbiose mit diesen Menschen überhaupt eine feste, konsistente Identität geben, dass ich mich an deren Werte korsett orientieren kann. Ja, und last but not least, da kommen wir aber gleich noch in einem Extra-Kriterium darauf zu sprechen. Dissoziation. Dissoziation bedeutet getrennt sein. Von sich selbst, hier, ich empfinde Leere, ich bin von mir selbst und meinem Inneren getrennt, sogar eventuell von meinen Körperempfindungen, nehme ich nicht mehr wahr, ich kann mich selbst nicht mehr spüren, oder auch der Umwelt. Aber da kommen wir gleich noch gesondert beim Kriterium der Dissoziation darauf zu sprechen. Ja, in jedem Fall, Menschen mit Borderline empfinden ganz, ganz häufig innere Leere. Das ist ein ganz typisches Symptom von Menschen mit Borderline. Und wenn du zu den unglücklichen Menschen gehörst, die innere Leere empfinden Menschen mit Borderline nämlich nicht als angenehm, sondern als quälen, dann wirst du genau wissen, was meint innere Leere. Kriterium Nummer 8. Wenn sie gestresst sind, können sie in den schlimmsten Fällen unter Paranoia oder Verfolgungswahn leiden. Sie fühlen sich in manchen Fällen sogar verfolgt oder bedroht. Ja, das ist ein Punkt, den man tatsächlich, das wird ja hier in dem Punkt auch genannt, als eine akute Stressreaktion definieren kann. Viele Menschen mit Borderline haben auch temporäre Halluzinationen, haben sogar das Gefühl, Geister zu sehen manchmal. Okay, das hört sich jetzt krass an für Außenstehende, ja, bitte das nicht im Lustigen sehen. Ich meine es so, wie ich es sage, Geister sehen, ich sehe Schatten, ich habe das Gefühl, ich nehme Personen wahr, die gar nicht da sind und ja, da haben die Menschen mit Borderline ganz, ganz häufig Angst und denken sich so, stopp my story, habe ich jetzt eine Psychose, bin ich psychotisch? Nein, in den meisten Fällen ist das nicht so, ist natürlich möglich, jeder kann eine Psychose entwickeln, dann aber als eine komorbide Störung. In diesem Punkt, Verfolgungswahn, Paranoia, auch Halluzinationen und Geister sehen, handelt es sich um akute Stressreaktionen. Das gibt es auch bei anderen Störungsbildern. Autismus zum Beispiel. Viele Menschen mit Autismus beziehungsweise Asperger-Syndrom können auch zu Halluzinationen neigen, wenn sie sehr gestresst sind. Okay, das ist eine akute Stressreaktion. Man weiß nicht so ganz, warum Menschen zu Halluzinationen und Paranoia neigen, wenn sie so sehr gestresst sind. Ganz wichtig ist es aber zu verstehen, auch wenn ich natürlich hier keine Diagnose stellen kann oder will, durch das, was ich hier sage. Es handelt sich in aller Regel dabei um keine Psychose und da muss man dann auch keine übermäßige Angst haben. Und das ist auch der Grund, okay, Real Talk, viele Menschen mit Borderline, die schweigen darüber. Sie haben Geister sehen, sie haben Halluzinationen, wollen das aber keinem erzählen, weil sie Angst haben von anderen als verrückt erklärt zu werden. Offen gesagt keine völlig unbegründete Angst, zumindest wird man wahrscheinlich kein Verständnis von vielen Menschen bekommen. Ich spreche mit dir in diesem Video darüber und auch das Autorenteam des Buches, aus dem ich hier die elf Kriterien nehme mal für diesen Selbsttest zur Selbsteinschätzung. Wir sprechen darüber, um dir auch Verständnis entgegen zu bringen. Okay, das ist ganz wichtig. Du bist nicht alleine. Ja, das gibt es. Nein, du bist nicht in dem Sinne verrückt, dass du tatsächlich auch diese Halluzination, dieses Geister sehen hast. Du bist nicht alleine, okay. Aber wie gesagt, das ist häufig auch keine Psychose, sondern eine akute Stressreaktion. Und das sehen wir auch daran, dass Menschen mit Borderline sind zur Realitätsprüfung, ganz grundsätzlich in der Lage. Diese Realitätsprüfung kann kurzzeitig ins Wanken geraten, wenn sie eben diesen akuten Stress haben. Aber wenn der Stress wieder abklingt, sind Menschen mit Borderline zur Realitätsprüfung sehr gut in der Lage. und das wäre zum Beispiel schon bei Menschen, die eine akute Psychose haben, ja nicht der Fall. Okay, ist ganz wichtig zu verstehen. Punkt Nummer 9, Trägerwarnung. Ja, auch Punkt Nummer 11, da möchte ich jetzt schon mal eine Trägerwarnung rausschicken, dass du vorbereitet bist. Also jetzt kommen noch mal ein, zwei Punkte, die sind ein bisschen mehr heavy. Aber erstmal Punkt Nummer 9, Menschen mit Borderline können wütend werden, auch wenn das der Situation nicht angemessen zu sein scheint und zu keinerlei Lösung beiträgt. Manchmal können sie ihre Wut kaum kontrollieren. Das wiederum führt zu Wutausbrüchen, anhaltendem Ärger oder Streitereien. Okay, warum jetzt hier Trägerwarnung? Weil ich einfach in vergangenen Videos schon die Erfahrung gemacht habe, dass auch viele Menschen mit Borderline, wenn man diese Wut kritisiert, wenn ich sage, Menschen mit Borderline werden schnell wütend, dann reagieren sie da häufig mit Wut drauf. Denn gerade die Betroffenen, die häufig zu dieser massiven Wut neigen, haben diese Wut, weil sie andere Gefühle von Selbstzweifeln, negatives Selbstbild nicht fühlen wollen. Sie wollen auch nicht kritisiert werden. Sie wollen durch die Wut davon weglaufen, sozusagen. Und wenn ich natürlich diese Wut hier als Testpunkt aufzähle und in meinen Ausführungen natürlich auch damit sage, ja, diese Wut ist natürlich übertrieben, steht ja auch hier. Auch wenn das der Situation nicht angemessen ist, da sagen jetzt natürlich gerade die Menschen mit Borderline, die dazu eine Neigung haben, was soll das denn heißen? Natürlich ist das der Situation angemessen. Ich wurde enttäuscht und hat mir übel mitgespielt und so weiter und so fort. Wir müssen uns aber wirklich klar machen und hier möchte ich auch zur Selbstehrlichkeit anmahnen, dass viele Borderliner diese ganz schnell wütend auf Kritik wie ein Geschoss sofort, was hast du da gesagt? Was willst du mir da erzählen? Da, 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 das kann doch nicht sein. Eben weil sie diese Kritik damit mundtot machen wollen, abweisen wollen. Ich möchte nicht mich hinsetzen und mich da auseinandersetzen. Könnte das stimmen? Habe ich eventuell wirklich einen Fehler gemacht? Denn das hieße Scham, das hieße peinlich sich fühlen eventuell. Muss man dazu sagen, dass es damit zusammenhängt, dass Menschen mit Borderline ganz häufig in ihrer Biografie, schon im Elternhaus ganz häufig entwertet, kleingemacht, schlecht gemacht worden. Du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist dumm. Und somit ist es natürlich ein Schutzreflex. Es ist eigentlich erst einmal sogar funktional, das mit Wut zurückzuweisen und zu sagen, was heißt hier, ich bin dumm? Erzähl doch keinen Shit. Ich bin nicht dumm. Du bist dumm. Diesen Schmerz eben nicht spüren zu wollen. Das heißt, Menschen mit Borderline haben durch Situationen, durch Kritik, durch Dinge, die sie erleben, häufig Angst. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist der wichtige Satz hier, dass ihre eigentlich in ihnen schon als Täter im Projekt installierten Selbstzweifel und negativen Bewertungen über sich selber wahr sein können. Okay. Die Menschen mit Borderline glauben häufig, dass, was bei ihnen kritisiert wird, tatsächlich selbst, wollen das aber nicht fühlen und machen deswegen die Kritik nieder, machen die platt. La la la, ich will nichts hören, ich halte mir die Ohren zu. Wir kennen alle diese drei Affen. Augen zu, Ohren zu, ja okay, Mund zu nicht in diesem Fall, aber ihr wisst, worauf ich hier zu sprechen kommen möchte. heutzutage ist aber, vielleicht im Elternhaus als Kind, um die Kritik von, die unangebrachte Kritik von Eltern oder Mitschülern zurückzuweisen, war das funktional. Heute als Erwachsene aber, so ehrlich müssen wir sein, ist es nicht mehr funktional. Warum? Weil man sich damit viele Beziehungen kaputt macht, weil man es sich häufig verscherzt mit seinen Kollegen, mit seinem Arbeitgeber eventuell. Vielleicht legt man sich mit Polizisten an und bekommt dann ein noch höheres Bußgeld wegen Uneinsichtigkeit, wo man etwas falsch gemacht hat, als man eventuell, wenn man einsichtig und lieb Kind gewesen wäre, das Bußgeld nicht, vielleicht gar nicht bekommen hätte oder sehr viel geringer. Okay, ich denke, wir verstehen, worauf ich hier hinaus möchte. Und natürlich auch, eine letzte Sache noch, Straftaten begehen, Sachbeschädigungen, Leute angreifen, eventuell durch Wut, Wutattacken, gerade bei Männern mit Borderline ist das leider sehr, sehr häufig auch handgreiflich zu werden, Sachbeschädigungen, anderen an die Gurgel zu gehen, sind Straftaten, führt zu Ärger. Ein letzter Punkt noch zum Thema Wut. Es ist nicht immer nur das Weglaufenwollen vor den eigenen Glaubenssätzen und Gefühlen. In vielen Fällen ist es für Menschen mit Borderline, gerade auch bei den Männern, eine, ja, wie soll ich das sagen, ein Verhaltensmuster, das sich mal als funktional rausgestellt hat. Das heißt, ich werde immer wieder kritisiert, stelle irgendwann fest, dass durch einen Riesenaufstand machen, eventuell durch Bedrohen, eventuell durch handgreiflich werden ich in dieser Situation meinen, den, den Mobber, den Kritisierer mundtot machen kann, das Problem beseitigen kann. Bei Mobbing ist es leider häufig so, wenn ich bitte und bettle, hey, hör auf mich zu kritisieren, hör auf mich zu mobben, das wird den Mobber nicht davon abhalten. Häufig, gerade im Kinder- und Jugendalter in der Schule, tut dann den Mobber einfach, ja, handgreiflich anzumachen, fertig zu machen, laut zu werden, dieses Problem erstmalig lösen. Und wenn man das erlebt hat und eventuell sogar jahrelanges Mobbing endlich aufhört, dann wird das als eine probate und gute Lösungsstrategie abgespeichert und dann wird man dieses Verhalten immer wieder abspulen, okay, was man einmal gelernt hat. Es ist aber, wie gesagt, im Erwachsenenalter dysfunktional. Auch ich war als Kind, ich wurde auch viel gemobbt und war ein kleinerer Bauke. Ich habe auch meine Mitschüler dann irgendwann ordentlich gemaßregelt, musste aber spätestens, spätestens dann in meiner Ausbildung auch feststellen, dass es nicht geht, weil ich kann ja nicht in der Probezeit und auch sonst kann ich nicht meine Kollegen verhauen oder gar meinen Vorgesetzten, okay. Dann muss man natürlich das nochmal so als kleine Anmerkung an dieser Stelle, dieses dysfunktional gewordene Muster nochmal überprüfen als Erwachsene, wenn du jetzt 20, 30, 40, 50 bist und sagen, ja, ein bisschen hat der Mann im Video ja recht, inzwischen bringt mir das mehr Ärger, als es mir was Gutes bringt. Ich sollte diese Strategie vielleicht nochmal ändern, okay. Punkt Nummer 10, der vorletzte Punkt, Dissoziationen. Das bedeutet, dass sie sich mental von dem trennen, was um sie herum geschieht. Sie haben das Gefühl, dass sie nicht mehr Teil des Ganzen sind und fühlen sich sozusagen verloren. Manchmal können sie sich nicht mehr genau erinnern, was passiert ist. Ja, also, ich habe jetzt schon in den früheren Punkten über das Thema Dissoziation gesprochen. Was ist jetzt genau, was soll das sein? Dissoziation ist erstmal ein abgetrennt sein von, ähm, von, von, von den Dingen, von sich und der Umwelt. Das ist erstmal ganz normal. Jeder Mensch hat irgendwo Dissoziation. Wenn ich jetzt hier sitze und dieses Video aufnehme und vielleicht habe ich eigentlich Hunger. Ich spüre aber diesen Hunger nicht, weil ich so konzentriert bin für euch dieses Video zu machen und mich der Hunger ablenken würde, dann dissoziiere ich mich von diesem Hunger. Oh, ich darf da jetzt nicht so viel drüber nachdenken und meine funktionale Dissoziation im Hinblick auf den Hunger auflösen. Ähm, ja, aber das wäre eine ganz normale Dissoziation, die jeder mehr oder weniger, ähm, jeder Mensch irgendwo hat. Es gibt aber auch eine pathologische Dissoziation in verschiedensten Formen und das ist natürlich jetzt hier gemeint. Ähm, Dissoziationen stellen einen Schutzmechanismus dar vor Traumatisierungen. Ähm, viele Menschen mit Borderline haben Missbrauch erlebt im Laufe ihrer Biografie, schweren Missbrauch, auch sexuellen Missbrauch. Ähm, ja, ihr seht, die Trägerwarnung, die ich letzten Punkt angegeben habe, gemacht habe, ist sinnvoll. Ähm, und da, damit man sich das nicht, da sich das nicht in die Persönlichkeit in dem Sinne reinfrisst, dass man das episodisch abspeichert und immer als eine belastende Erfahrung, ähm, mit sich herumträgt. Im Gedächtnis gibt es so diesen Schutzreflex, sich dann zu dissoziieren aus der Situation, das steht ja hier auch, die, von der Umwelt sich zu trennen, das gar nicht mehr wahrzunehmen, was passiert hier gerade? Ich werde missbraucht. Ähm, äh, und natürlich auch aus sich und dem eigenen Schmerz, sich dann vorzubieben. So muss man das verstehen. Okay, das ist ein Schutzmechanismus, ähm, der häufig angewendet wird bei schweren Traumatisierungen, auch da noch nicht pathologisch. Pathologisch ist es aber natürlich, dass Menschen mit Borderline das häufig immer und immer wieder erleben in ihrer Biografie. Dass sich das verselbstständigt, dass sie sogar sagen, äh, wenn ich nur geringfügig gestresst bin im Alltag, es ist gar nichts Krasses vorgefallen, falle ich in diese Dissoziation. Ich sehe meine Umwelt nicht mehr, ich habe eventuell sogar Gedächtnislücken von mehreren Stunden, ich wache also plötzlich irgendwo auf an einem ganz anderen Ort und weiß gar nicht mehr, was habe ich denn jetzt die letzten Stunden gemacht. Creepy, sehr unheimlich für Menschen mit Borderline, ähm, äh, aber auch dieses, das habe ich gesagt, innere Leere, sich selbst nicht mehr spüren zu können, den eigenen Körper nicht mehr spüren zu können, auch unangenehm. Ganz typisch für Dissoziationen ist auch, sich aus dem eigenen Körper seelisch rausgebeamt zu sehen, sich also wie durch eine Kameraperspektive von außen selber zu betrachten, bei den Handlungen, die man so macht. Man schaut sich selber zu, äh, bei dem, was man tut oder was bei einem gemacht wird. Spooky, sehr unheimlich, okay, das sind Dissoziationen. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von Dissoziationen. Grundsätzlich habt ihr aber, denke ich, begriffen, worum es hierbei geht. Hierbei geht, ähm, diese häufigen Dissoziationen, die sogar pathologisch geworden sind, weil sie einfach im Alltag stattfinden, ähm, sind ein ganz typisches Begleitsymptom von Menschen, mit Borderline. Begleitsymptom deshalb, weil es nicht erfüllt sein muss als Kriterium und weil es Dissoziationen auch ohne Borderline-Störungen gibt. Wenn du jetzt aber sagst, ey, das, was der Mann im Video da vorgelesen hat an Punkten, und da bin ich jetzt schon in so vielen Punkten drin, vor allen Dingen in den Punkten, wo er gesagt hat, das ist ganz typisch für Borderliner, und ich habe diese Dissoziationen auch noch, dann ist das schon ein harter Hinweis darauf, dass Borderline bei dir, äh, oder natürlich, wenn du als ein Angehöriger dieses Videos schaust und du sagst, hey, das kenne ich von einem Angehörigen, ähm, ist das ein harter Hinweis auf Borderline. Kommen wir aber zum letzten Punkt. Und dann, wie gesagt, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, was ihr machen könnt, wenn ihr euch jetzt hier wiedergefunden habt und machen solltet vor allen Dingen. Punkt Nummer 11. Sie haben sich schon einmal selbst verletzt oder hatten sogar Suizidgedanken. Okay, ähm, wie ist das zu verstehen? Selbstverletzungen kommen natürlich auch nicht nur bei Borderline vor. Selbstverletzungen, gerade im Kindes- und Jugendalter, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass ich hier nicht missverstanden werde und nicht gesagt werde, dass ich hier etwas verharmlose, aber Selbstverletzungen, das machen Kids häufig, weil es vielleicht mitunter sogar in der aktuellen Peergroup irgendwie trendy ist, sich zu ritzen oder sich sogar vielleicht auch den Namen seiner Liebsten oder seines Liebsten irgendwo so ein bisschen reinritzen, weil man das als Liebesbeweis sieht, weil man das vielleicht auch in einem Film gesehen hat. Wir können uns jetzt auch immer fragen, steckt dann da, wenn Kinder sowas machen, nicht noch mehr dahinter? Was sind das für Kinder, die bei so einem Trend mitmachen? Was ist das für eine Peergroup, in der man sich da auffällt? Okay, dieses Ritzen und das meine ich jetzt, dieses Ritzen, ich weiß, das wird häufig verharmlosend gesehen, das Wort Ritzen, ich meine es in diesem Sinne aber wirklich als Ritzen, also das ist häufig auch im Mainstream, machen das Leute, okay, das muss noch nicht in dem Sinne krass pathologisch sein, aber eben die Selbstverletzungen bei Borderline gehen noch weiter, Rasierklinge hervornehmen, massiv sich verletzen, genäht werden müssen, Narben haben, andere Dinge sich selber zu schädigen, okay, Substanzen einnehmen, Seife trinken, sich verbrennen, eigentlich zählt da auch sogar dazu, Beziehungen, die gut laufen, zu beenden und sich somit selbst zu schädigen, okay, ja, Selbstverletzung im weitesten Sinne, von Menschen mit Borderline ganz häufig im weiten Sinne praktiziert, und Suizidgedanken muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Verhaltensweisen für Borderline so typisch sind, dass in den entsprechenden Diagnosemanualen dieses Kriterium ausschließlich bei der Borderline Persönlichkeitsstörung mitunter aufgezählt wird und bei keinem anderen Störungsbild, bei keinem anderen Störungsbild sind diese Verhaltensweisen ein gesondert aufgezähltes Symptom. Das hat damit zu tun, weil es so typisch und so bedeutend ist für Menschen mit Borderline. Das heißt nicht, dass wieder auch jeder Disclaimer nicht alle das tun, aber die meisten haben es mehr oder weniger intensiv getan oder tun es noch. Das waren jetzt einmal diese elf Kriterien. Und wenn du jetzt sagst, yo, ich sehe mich da wieder, dann ist es sinnvoll, eine Diagnostik in Anspruch zu nehmen. Dann ist es natürlich auch sinnvoll, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Das, man kann sich einen Termin bei einem Psychotherapeuten über die Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung geben lassen. Man kann auch einfach zu seinem Hausarzt gehen. Geeignet für Borderline sind nicht alle Therapieverfahren gleichermaßen. Psychodynamische, also das, was man als Psychoanalyse versteht, ist weniger gut geeignet bei Borderline. Das hat man im Laufe der Zeit herausgefunden. Besser geeignet sind die sogenannte DBT und die Schematherapie. Okay, also Schematherapie und DBT sind zwei sehr gut geeignete Verfahren, um Borderline zu therapieren. Aber bevor du gar nichts machst, besser zu irgendeinem Therapeuten erstmal gehen und dir Hilfe holen. Ich weiß, dass Plätze nämlich für Schematherapie und für DBT häufig nur schwer oder gar nicht, insbesondere je nach Region zu bekommen sind. Es ist ein bisschen tricky, okay? Überhaupt irgendeine Therapie zu machen muss auch nicht immer gut sein, weil man bekommt ja von den Krankenkassen nicht unendlich viele Therapien bewilligt und auch nicht unendlich viele Therapeuten bewilligt. Das ist ein bisschen komplexer. Das würde ich jetzt den Rahmen dieses Videos sparen. Informiere dich auf jeden Fall mal im Internet dann oder geh einfach mal zu deinem Hausarzt, okay? Das ist ganz wichtig. Und noch auch wichtig, die meisten Menschen mit Borderline schämen sich zum Arzt zu gehen, schämen sich über ihre Probleme zu sprechen, schämen sich eine Therapie zu machen. So nach dem Motto, hey, wenn ich jetzt in Therapie gehe, dann ist ja bewiesen, dass ich Psycho bin. Dann ist ja das bewiesen, was mir schon andere gesagt haben. Dass ich gestört bin, dass ich krank bin, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe, okay? Stopp diese Stigmatisierungen, okay? Ich mache dieses Video ganz offensprechend über diese Dinge, weil es wirklich nicht mehr zeitgemäß ist, sich für solche Dinge zu schämen, stigmatisiert zu werden. Ich selber habe mehrere schwere psychiatrische Diagnosen auf das Asperger-Syndrom, auf eine Persönlichkeitsstörung, okay? Ich selbst habe psychische Diagnosen. Ich sage dir das hier ganz offen und frei und mir schauen hier tausende von Menschen zu, weil wir im Jahr 2022, 2023, das ist nicht mehr die Zeit, sich zu schämen, weil man Hilfe braucht, sich zu schämen, weil man psychische Probleme hat, okay? Das war in den 90ern, in den 80ern, in den 70ern, die Zeit ist vorbei. Und man wird auch heutzutage nicht mehr schief angeguckt von der breiten Masse der Gesellschaft. Es gibt immer mal Leute, die dumme Sprüche machen oder hintenrum lästern. Aber hey, sind das die Leute, mit denen wir überhaupt was zu tun haben wollen? Sind das die Leute, dessen Meinung uns wichtig sein sollte? Ich denke, wir sind uns einig, das nicht. Also, schäm dich bitte nicht, ich mache dieses Video für dich, dass du weißt, es ist völlig in Ordnung und wichtig und richtig dir Hilfe zu holen. Geh einfach zum Hausarzt, schau mal auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung, informiere dich im Internet, wo man Hilfe bekommt, über die Borderline-Persönlichkeitsstörung, googeln, abonniere diesen Kanal gerne, schau dir meine unzähligen Videos zu diesem Thema an. Oder, das sei natürlich jetzt auch nochmal gesagt, wo ich jetzt schon so viel Content aus diesem Buch hier gezogen habe, kauf dir auch mal ein Selbsthilfebuch, eventuell dieses Selbsthilfebuch von Anna Henning beziehungsweise dem Autorenteam, Borderline im Labyrinth, der Gefühl. Es ist ein gutes Buch, da bekommst du nochmal viel mehr Informationen. Da gibt es den Selbsttest auch nochmal in einer anderen Variante zum Ankreuzen. Dort gibt es einen Fünf-Schritte-Plan, wie und wo man Hilfe bekommen kann. Wie gesagt, ich verlinke dir das in der Videobeschreibung, das Buch zum Bestellen ist relativ günstig tatsächlich und ich, okay, nochmal ganz wichtig, verdiene daran nichts. Ihr Lieben, ich weiß, dass das Video XXXXL ist, deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielleicht noch ganz zum Schluss, ihr wisst es, abonniert gerne diesen Kanal, ich habe es gerade schon gesagt, jede Woche kommt hier ein neues Video zum Thema Borderline Persönlichkeitsstörung. Ich habe ja auch Interviews mit Fachleuten zum Thema Borderline, die mit Betroffenen zum Thema Borderline, die ihr euch anschauen könnt. Ihr findet eigentlich fast zu jedem Thema Borderline ein Video auf meinem Kanal und wenn ihr mich und dieses YouTube-Projekt, meine Arbeit auch unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied, Link ist auch in der Videobeschreibung oder gebt auch ein super Thanks für dieses Video, da freue ich mich natürlich von Herzen. Ihr Lieben, haltet die Ohren steif, ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen, etwas Klarheit verschaffen, zumindestens inspirieren mit diesem Video und lasst es euch gut gehen und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.